Sooo, meine lieben Drachlinge, ich komme zurück zu einem neuen Part von Zimps 4. Ja, äh, gut. Wir haben jetzt einfach angefangen. Mittags nach Hause gekommen, schläft, ähm, ich wurde gefördert. Selda hat das Essen gerade gemacht und sowas nicht. Äh, kaum blink, plötzlich verwalten wir mit ihr abhängen. Ja, ähm, gut. Was machen wir denn so, hübsches? Jetzt mal, wir können auch rausgehen, oder? Wenn ich im Park irgendwas machen? Hier vorne ist auch ein Park. Ja, das, jetzt nur, könnte man irgendetwas kaufen, und das, oder die Satellette, aus dem Bushäuschen. Was ist das denn drinste, oder was, was meint er denn? Ach, ne Gott. Ja, die Holtwinsel meinte, ne? Die Tsumibatanae. Hm. Was ist das hier? Hallo, Spiele, dacke, was das ist. Das ist halt auch so irgendein Haus, glaube ich. So, ich hab noch gar nicht viel speichert, zwischenschweichern, hoppala, zähl ich aber auch im letzten Patern. So, haben wir jetzt gemacht. Ja. Ja. Den könnten wir ja reisen, ne? Können wir eigentlich machen, was? Mal sehen. Ähm. Umarmen. Können wir nicht umarmen? Vielleicht will ich umarmen, oder was? Komm, umarmen. Dann soll jemand umarmen. Einer umarmen. Komm, die erste Malung von den beiden. Bitte, 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 komm. Oh, wie geht's? Oh, der ist weg. So, jetzt. Oh, Zelda. Die ist einfach dran, ne? Ne, so einen Kiffer, den kaufen wir nicht. Den kennenlernen, oh, was? Können wir machen, ähm. Neerauswahl. 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 Und dann, gehen wir hin. Neerauswahl. 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 Nein, Reisen. Mit Link, genau. Ähm, ok, dann jetzt können wir uns mal was aussuchen. So, Link, wir gehen da irgendwo hin. Du wirst Link dort treffen, ja. Achso, jetzt muss ich einen Ort aussuchen. Hm, Mode-Shedding. K.O.T. war, nein. Maishino, hier draußen ist der Park, ach, dieser Park, wo, äh... Ok. Grundzentrum... Achso, ist im Haus, ok. Hm. Fitness. Stern-Cooker-Lounge. Aha. Aha. Entweder in Park gehen. Da sind wir irgendwie nicht mehr mit. Dann haben wir jetzt... 3-Karaoke-Bass. Honey-Pop. Und... Noch was? Hm. Stern-Cooker-Lounge schon, ha? Das war quasi hier, wenn man heiraten will, der Park, ja. Oder in dieser Galerie. Da sind wir so... Kunstaffin ist unser Ort. Komm, wir gehen in dieser Galerie. Ja, komm. Ist ja der ist so ein bisschen kunstaffin, glaube ich, oder? Oder war es eher mit einer... Egal, wir gehen halt in dieser Galerie und schauen uns das an. Wenn es falsch war, ist es... Ja. Wir haben nur dann Spaß am Spiel. So. Meine Schätzchen. Okay. Mhm. Kann man machen. Hm. Einfach mal irgendwann um halb neun, wenn der Laden auch fließend will. Komm mal. Ja. Mhm. Genau, da hinten die Kirscherecke und sowas. Juck. Was soll ich? Hm. 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 Eigentlich könnten wir zusammen da hochgehen. Dann lassen wir Zelda ein Bild von sich mal. Können wir ja machen. Machen wir ja mal. Wie sind die beiden? Ah, sie gehen die Karte hoch. Ok, sehr gut. Wie sind die beiden? Ich schätze mal die Neide. was weiter hoch. Oh, Klavier. Geigen. Alter, wie hoch ist denn das noch? Hier oben ist es nicht. Was ist denn für ein Bild? Komm mal weiter, Zelda. Ich werde es mal sehen. Ich guck mal ein bisschen vor. Zelda, komm. Hä? Was soll das denn sein? Irgendein Mädchen? Oder ist das so recht? Ein Mädchen, das, glaube ich, singt oder so. Komm, meiner ist jetzt fertig. Zelda, hallo, Pansai. Komm. Geht der Berg noch weiter? Ne. Hallo, Zelda. Hast du jetzt was? Du passt aus wie die Zeichnung, die kann doch auch hier noch. Oh, für das erste Bild, was sie malt, nicht schlecht. Ja. Level 2. Na ja, hallo. Zelda, bist du mal fertig? Hallo, Hädchen. Hey. Mach mal hin. Ich habe noch ein paar Ecken vom Bild, die kannst du jetzt gleich mal ausfüllen. Boah. Voll ein. Mach sie jetzt. Fertig. Ja, super. Ne, 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 ne. Zusammen angehen. Komm, Link, komm her. Ich glaube, die andere Serie gemacht hat. Link, komm her. Ich glaube, die andere Serie gemacht hat. Link. Da kommt er. Link. Da kommt er. Link. Wo bist du denn? Hey. Hottel, komm her. No, zuckersüß. Oh, Mann. Quältig, schlecht. Aber er fandest, äh, zuckersüß wie ein Muffin. Oh, Mann. Oh. Äh. Im Inventar platzieren. Und dann für dieses Kompliment kann ich ihn eigentlich ja umarmen. 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 Da ist noch ein bisschen rein. Mädchen. Erstmal umarmen für das Tolle. Tolle. Ein. Andere. Zuland frei. Genau. Jetzt. umarmen für das Tolle. Erstmal umarm. Sechs. Oh, das ist noch mal umarm. Erstmal. Oh, das ist noch mal umarm. Nein, so kriegst du ein anderes Instrument. Was können wir noch machen? Mit Träumen reden? Keine Ahnung. So was halt. Mach was! Steht jetzt nicht so froh. Hallo. Verlieben wir jetzt. Hallo! Irgendwas machen. Na, danke für das Compliment Link. So, wie viele Minuten haben wir schon? Und um jetzt? 14. Ja, äh. Hm. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal zum nächsten Mal weiter. Dieser Partner? Schön. Der hat was gemalt. Legen kann sich sogar weh. Noch. Gut. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch machen im nächsten Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt übernさい, wie Esse Tag? Mit diesem Tag? cmaß. Auf dem Was?